In der Türkei haben am Morgen die Kommunalwahlen begonnen. Rund 61 Millionen Menschen sind landesweit zur Stimmabgabe aufgerufen. Besonders im Fokus steht dabei Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdogan hofft, die Metropole von der Opposition zurückerobern zu können. Er war selbst in den 1990er Jahren Bürgermeister in der Stadt und schickt den früheren Umweltminister Murat Kurum ins Rennen, der als Technokrat gilt. Istanbul wird seit 2019 vom GHP-Politiker Ekrem Imamoglu regiert. Zuvor war Istanbul 25 Jahre lang in der Hand der konservativen AKP gewesen. Umfragen sagen ein knappes Rennen vorher. Zuletzt lag Imamoglu in den Erhebungen leicht in Führung. Erdogan hofft außerdem auf Siege seiner Partei in den ebenfalls von der Opposition geführten Großstädten Ankara und Izmir. Amp gesteht und zum nächsten Mal. am am Vielen Dank.